Das ist ein bisschen das Geheimnis der Toskana Thermo, Kultur und Wasser in einen Erlebnisraum zu bringen. Wer Musik haben will, kann jetzt die auch baden und wer baden will, kann das auch mit Musik machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Liquid Sound Club Night findet einmal im Monat regelmäßig statt und bringt nicht nur Konservenmusik, sondern leibhaftige DJs und die spielen genau die Musik für die Leute, die da gerade im Bade schweben und schwellen, halb träumend, halb tanzend, auf jeden Fall genießend. Die Liquid Sound Club Night